Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seid hier gelandet bei The Council, dem letzten Akt, nämlich Akt 5. Die finale Abstimmung findet jetzt statt und ich freue mich tierisch drauf. Das Ganze wird jetzt dieses Mal ein Ende finden und es hat mir bis hierhin sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ich bin der Lanz. Es ist imperative. Ich bin der Lanz. Ich bin der Lanz vorbereitet. Sie, sie muss für alle die Hörungen sie hat mir getan. Meanwhile, wir bleiben uns auf unsere Hörger gegen irgendwelche Last-Minute surprises. Ich weiß mein Bruder gut. Er wird niemals vorbereitet für Krieg, wenn er keine Chance hat, zu gewinnen. Findet ihr, dass ich ein Dämon ist, macht keinen Unterschied. Ich habe nicht all diese Weise einfach nur zu verlieren, so zu den Gord. Wenn ich euch all diese Dinge fragen werde, dann ist es für eure eigene Gute, du weißt. Du stehst die gute Arbeit, ich sehe. Aber ich sage dir, stehe deinen Gord auf. Jeder ist jetzt eher auf der Seite. Nicht mich, deine Komponente, Diriché. Du bist kein Spiel. Boah, ihr seht schon, es ist einiges vor sich gefallen. Trust yourself. It's all already in there. Ja, wir sind ein Dämon, wer es verpasst hat. Also da habt ihr echt viel verpennt. Den letzten Akt. Wir sind ein Dämon und können hören, was Menschen denken. Könnte nützlich sein, aber auch gefährlich. Episode 5, Schachmatt. Schachmatt. I understand you have all been affected by this. Nevertheless, the world doesn't stop turning, and we are in fact on the verge of reshaping the modern world. That is what we are all here for, my lord. Thank you for your enthusiasm, Monsieur Bonaparte. Now you all know what we have to do. I cannot warn you strongly enough. If one of Sir Gregory's guests asks to speak with you, remain on your guard. It is highly likely that he will try to rally as many supporters to his cause as he can. Now, please, go and get some rest before the conference begins, which won't be long now. Louis, stay with me a moment, won't you? I'll be needing your services in a certain matter. Yes, of course. What's the matter? Louis, you are the only one here who I totally trust. It is very likely that Gregory will take possession of some of the members of our team, I shall keep them in check over the next few hours. However, I'll need you to... How can I say this? To persuade the members of Gregory's group. What do you mean by that exactly? You'll have free reign, my son. Persuade all of them. Use every possible means imaginable. But no physical violence. Let's be very, very clear about that. You must bring them all over to our side. One after the other. You can do this. I know it. Very well, Father. Now go. And come back and see me once you've finished. I'll be off then. Ach ja, Lord Mortimer ist übrigens nur unser Vater. Das hab ich ganz vergessen. Ja, es ist so durch. Es ist so durch. Wir haben leider nur die... Äh, Kryopedia. Ne, Kryopedia. Das war's. Ne, mehr haben wir leider nicht. Die anderen sind noch nicht vollständig. War mich, wo ich da was vergessen habe. Und hier... Ja, Gedanken lesen. Und nimmst die vordergründigen Gedanken deines Gesprächspartners wahr. Dämonen sind jedoch alles andere als begeistert, wenn du dies bei ihnen versuchst. Ach, die Talente. Ich will ja unbedingt das mit den Münzen hier. Ne, warte mal. Alle... Alle Immunitäten und Schwächen von Mortimer. Ich glaube, der hat keine Schwächen, oder? Ah, Elizabeth Adams ist zu spät, leider. Was waren die Münzen? Gelesenheit und Etikette 3. Hm. Viel fehlt da nicht mehr. Oh, da fehlt auch nicht mehr viel. Cool. Da ist das ja bald mit den Münzen, Leute. Ja. Ich muss die alle überzeugen. Hier. Ne, das ist falsch. Yadji, Washington, Wöllner, Godoy und Lady Hillsborough. Die habe ich alle schon mal gelesen, genau. Ja, ja, ja. Ach, Papa. In was bin ich hier reingeraten? Ich will jetzt gar nicht rekapituliert. Ich mache sowieso einen Fehler dabei. Also, wir haben wohl auch die falsche Lanza, habt ihr gesagt. Den Spare of Destiny, das ist der falsche. Die Lanza des Longinus. Hat mir zumindest der Kronos gesagt. Hallo Kronos. Ich weiß, du spielst das hier auch total emsig. Hast es wahrscheinlich schon längst durch. Ich komme jetzt erst dazu. Ähm, auf jeden Fall. Ja, eventuell, wenn ich mich verteidigen muss, ist das wohl dann... Ja, dann ist das natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Aber ich werde schon andere Wege finden. Außerdem will ich gar nicht gegen Morte Magie. Nicht bisher. Denke ich mal, war er ziemlich ehrlich zu uns, oder? Weil er wirklich unser Vater ist. Und unsere Dämonenkräfte jetzt sozusagen vererbt hat. Und unsere Mutter ist nicht unsere Mutter, sondern... Naja, gut, das... Das lassen wir mal weg. Die ist ja nicht mehr auf der Insel. Endgültig. Also, sieh mal da. Gefährliche Liebschaften. Manipulation. In diesem Roman erzählen sich die Marquis de Merdoi und der Vicomte de Valmont. Zwei Freigeister und Experten manipulieren anderer in einer Reihe von Briefen von ihren Erlebnissen. Das ist schön. Was gibt's? Brieffreundschaften. So, warte mal. Ich komme da nie drauf klar. Also, Wollner müssen wir überzeugen. Wir müssen... Ja gut, Elisabeth ist leider auch nicht mehr da. Wollner... Fangen wir mal an, wenn... Mit dem Dieben war ein Wollner. Warum ist das Studium in so einer Messung? Sieht, wie ist Wollner etwas planen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Äh... Wollner. Welche Ablenkung? Natürlich ist Okkultismus seine Stärke. Ah, finde ich jetzt hier was... Neues. Es macht ja immer Sinn, alles abzusuchen. Das hatten wir ja schon öfter, das Thema. Was ist, was ich schon? Was ist, was ich schon? Als ob, als ob, als ob, als ob etwas Fragile. Ja, jemand muss da packt etwas weg hier. Ja, die habe ich bereits getroffen, beide. Ja, dann habe ich das falle schon gemacht. Bin wann woll'n er. Weil ich hier. Sonst macht es mir nicht gerade leichter, wenn er nicht hier ist und ich lieber reden soll. Äh, okay das war's. Ich dachte er macht jetzt was damit. Nee, ich glaube ich habe hier wirklich gründlich alles abgesucht, ha? Ja, der lieber Mann, Wollner ist nicht hier. Vielleicht ist er auf dem Balkon? Nee. Wiegt irgendwie auf einmal alles so so kalt und trist, wenn man weiß was genau hier los ist. Das ist so echt verwirrend. Oh, Portilexie hatte ich noch nicht vor, sehr schön. Warte mal, was füllt jetzt nochmal meine Sachen auf? Äh, fügt, äh, Künstler und Salzburg fertig, genau. Äh, auf dem Bad vorübergehend Immunitäten und Schwächen und bringt dir drei Essenzenpunkte ein. Genau, das Erdsternchen. Oh ja. Ah, das war blöd, weil ich das jetzt die ganze Zeit schon benutzt habe. So einfach mal so Larifari. Sind wir jetzt bei Washington? Da wollte ich auch hin. Glaub ich. Der Strom hat aber bestimmt wieder irgendwo rum, oder? Ach, nie sind sie da, die Leute. Wenn man sie hier manipulieren will. Ich glaube, Piaggi guckt es auch nicht mehr an mit dem Arsch. Oh, da ist er doch. Ich glaube, es sollte ich mal lassen, die Briefe, hier die privaten Briefe lesen, wenn er im Zimmer ist, der liebe Washington. Aber ich rede mal mit ihm so ganz geschickt, vielleicht kriege ich ja was raus. Und dann gehen Sie auf die Konferenz, und dann gehen Sie auf die Konferenz, und dann gehen Sie sich selbst? Ja, ich verstehe. Ich verstehe, aber es gibt neue Entwicklungen seitdem. Was bist du denn? Honestly, es dauert mir viele Stunden mit Lord Mortimer, Mr. Bonapald und anderen, für mich zu bekommen. All das gleiche. Du hast mir gesagt. Ich verstehe, ich wollte dich nicht fühlen. Ich habe mich nur auf die Konferenz zu finden. Ich wollte nur auf die Konferenz zu finden, aber... ... die image einer Amerikanischen Nationen, hand in hand, mit Franz. Ja, okay, okay. Let's move on. Listen, ich muss wieder aufmerksam, aber es ist nicht zu lange. Lui, listen. Das ist die letzte Zeit, du hast mich in die Suche schenzen. Du verstehst, du bist mit den Destiniensten der Nationen? Für Gottes Willen. Grow up, young man. Oh. Du bist richtig, Mr. President. Ich kann nicht genug entschuldigen. Bitte, komm zurück zu uns. Natürlich, ich werde zurück. Aber von jetzt an... Bitte, bleib mich aus Ihren Schenanigans. Ich versuche, Mr. President. Und versuche zu... ... mit einer Meinung. Zumindest bis zum Viertel. Du hast meine Worte. Gut. Jetzt lass mich, ich habe Arbeit zu tun. Okay, das war jetzt einfach. Ich meine, der war ja eh schon auf der Seite und dann habe ich ihn ja wieder... Und dann wussten wir ja noch alles noch nicht mit... ... mit unserem Vater und so weiter, ne? Das wussten wir ja alles nicht. So. Wo gehen wir als nächstes? Natürlich zu Piaggi. Der hat doch einen Schock fürs Leben. Der lässt uns doch nicht mehr rein jetzt. Also... Rein, rein. Ich meine... Wir haben ihn ja beseelt letztes Mal. Das war... ... eine ganz seltsame Erfahrung. Aber irgendwie auch... ... weiß nicht. Ziemlich cool. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. No matter how I look at it, between my affection for you and the Conference, I can't hide my disappointment at your changing sides, Louis. With all due respect to Lord Mortimer, how could you follow him like this? I understand your disappointment, Your Eminence, but I have good reason to. Ah. It's got nothing to do with it, but... You... You didn't come and see me in my room a few hours ago, did you? Hmm... Does he remember anything? Uh... Oh no. No, I'm sorry. You must be mistaken. I've been speaking to Lord Mortimer in his study. I... I must have dreamed it then. It seems so real. Don't blame yourself, Your Eminence. We're all exhausted. I can assure you of that. That's very kind of you, Louis. I don't know what's wrong with me at the moment, but... I feel rather fragile. Poor man seems terrified. It'd be a good idea if I reassured him a little, before trying to get him to change sides. Oh, what did you want from me exactly? It was so real. I... I don't understand it. Oh Lord. Are you going to taste me again? Well, now I'm going to see what he was going to do. Uh... Piagyi... Oh... Schwäche Befragung und Manipulation. Hmm... Tell me Your Eminence. Do you know anything about symbols and dreams? Come, Louis. The scripture law rejects all divination through dreams. You ought to know that. Of course, I wasn't suggesting that these visions were messages from God, Your Eminence. But it might be that when we rest, our mind imagines situations based on things that left an oppression on it. Take your dream, for example. What did it speak of? I'm not sure that I can speak about it. Don't worry, Your Eminence. There's no one else here but me. Well, I was right here, in my room. And you came to see me. Then, it all became confusing. I know that Mr. Von Volner was here too. He... No, no. It's not possible. What was he doing? He tried to harm you. Damn it. He does have memories of what happened. Your Eminence, you have no reason to worry. Because I'm right here in front of you, in perfect health. Yes. Yes, you are right. You're probably just a little tired. Overworked, that's all. That's it. Just a bit tired. Anyway, thank you for listening. Please excuse me, Louis, if I've wasted your time. You came to see me about the conference, I imagine. And here I go rambling on about I don't know what nonsense. No need to apologize, Your Eminence. Think nothing of it. What did you want to speak to me about? Right. It's now or never to get him to change his mind. I must admit that opposing you pains me. And it pains Lord Mortimer a great deal as well. I can well imagine. You should know that I am not happy about it either. He's an upright man, who like yourself, spends his time helping others and doing good around him. But you know that better than I do. I owe him a lot, you know. Your Eminence, if you feel you owe him something, let me tell you it's not too late to show it. It's thanks to him that I took the Holy Orders. We met when I was very young. Here, on this island. After our encounter, I had the firm conviction that my duty was to take the Holy Orders. To tell you the truth, I owe him everything. Have you ever thanked him for it? Never. You must find me ungrateful. I would never dare, Your Eminence. You came to persuade me to join him, didn't you? I don't have that power, but I do sincerely believe that Lord Mortimer serves a righteous cause. You are an angel who brings peace to this soul, my son. Listen to your heart, Your Eminence. You are right. To hell with all this political manipulation. I... Yes. I must listen to my conscience. Yes. Listen to that little voice in your head. What does it say? Yes, Louis. I will vote for William's project. I will follow you. I'm sure it will mean a great deal to Lord Mortimer, Your Eminence. Once again. Thank you, my son. Please leave me now. I must pray. Of course, Your Eminence. I'll be on my way now. Hahaha. Ja. Diese gewitzte Goldzunge Louis, ne? Ich mein... Das ist der Wahnsinn, wie er ihn einfach mal rumgekriegt hat und einfach mal komplett um 180 Grad gedreht hat. Gucken wir mal in unser Zimmer. Nee, gerade nicht, glaub ich. Machen wir gleich mal weiter mit Godoy. Ja, irgendwo muss ja Holm drin sein. Also, sagt er zumindest William. Duke Manuel. Der Richer? Ich bin überrascht, dass du da sprichst mit mir. Komm jetzt, mein Herr Duke. Ich hoffe, Sir Gregory wird dich entschuldig für ihn betrachten. In der Politik muss man wissen, wie man den Ball auf der Ebene spielen muss. Das ist vielleicht schwer für dich zu glauben, aber Dinge haben verändert. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Er sieht sehr sicher aus sich. Ich frage mich, was er geplant hat. Mhm. So, warte mal, was war mit Godoy? Uh, Immunität, Etikette. Scheiße. Hm, das ist schlecht. Das geht nicht. Das ist ein Moon. Oh. Oh. Oh, ja. Was war jetzt? Psychologie? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und warum ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist wie jemand, der weiß sie bereits verloren hat. Of course. Given Mortimer's team. Honestly. Du hast keine Sorgen? Entschuldigung? Nicht für einen Moment. Nein. Lord Mortimer planned alles, um dich zu glauben. Was du? Nicht einmal hat Lord Mortimer geplant. Nicht einmal hat Lord Mortimer geplant. Nein. Ich weiß nicht, dass er die größte Begründung hat. Und du kennst den Grund für diese Begründung? Nein. Ich muss nicht fragen, ob er nicht zu sein. Er ist wie ein gewinnen. Er ist wie ein gewinnen. Er weiß, er wird gewinnen. Der Spiel ist vorbei. Und Holm weiß es auch. Aber wo sind wir, dann? Luis, erzähl mir. Wo sind wir, wo sind wir? Sie werden alle für Mortimer gewinnen. Aber, Lord. Das ist unmöglich. Will du sein, derjenige, derjenige, ein Hand in favor of Sir Gregory? Aye, but... The one to whom everything happens. Who reaps all the consequences? No. I cannot afford to lose. For Spain! I... I do not want Spain to pay the price of an alliance made too hastily. Not because of me. Indeed, it would seem things have changed. Thank you for letting me know, Luis. May I call you Luis? Of course you can, Manuel. In fact, to be perfectly honest, I... I never really made up my mind. Naturally. I... Yes. D... Do you think Lord Mortimer will tell me a little more about this if I pop in to see him? What is more normal than wanting to get informed before you make a decision? Yes. I won. Look at him. Squirming on the end of a hook so as not to lose face. I love it. Of course. You'd be delighted. Perfect. It's a deal. You can count on me at the conference, Luis. Marvelous. If you don't mind, I'll be leaving you now. I'll go straight to Mortimer to tell him the good news. Yes. Yes, please do. Go ahead, Luis. Why should you think about what this has for effects, for that you are here? Hey. Huh. A little bit better to do, right? Haha. I think it's nice. It's so nice, this manipulation here. No, is there another one? No. Manuel has already taken us like a Weihnachtsgans. It's the question. Where is this doof Volna? What is that? Oh, a picture. No, I don't want to. Ah. Emily, it's not too difficult to be, I hope. I hope. I don't know. Maybe she's completely wrong with her sister. Let's see. Or maybe she's also from Holm. Emily? Emily, it's me. Come in, Luis. I just saw the... What's that servant doing in your room? A gift from my father. You're joking, right? Unfortunately not. He's worried about my health. Ah, typical. Of course, I understand this is in no way an overreaction on his part. Anyway, I've come to see if you're better. That's... Moment, ich muss nochmal ganz kurz schauen. Äh, Emily ist... Ah, immun gegen Logik, aber hat ne Schwäche für Psychologie. Very nice of you. Thank you. I'd appreciate it, if we kept our last discussion to ourselves, Luis. I'm not very proud of the state I was in. Don't worry. Thank you. And did you manage to speak to Mortimer? One moment. I'd rather continue our discussion away from any curious eyes. Follow me next door, please. You wanted to know if we spoke? Well, let's just say he didn't stick around long, but yes, I can definitely say we spoke. Hm. Wie gesagt, Psychologie ist ihre Schwäche, oder? Ja. Hm. Wie ist es mit Manipulation bei ihr? Ja. I don't know. It's hard to say. He's our father. He has started to initiate me, and he's been pretty fair so far. Now that said, you can't say he's gone about gaining my trust in the best possible way. What about you? What do you think of him? Honestly, I no longer know who to believe. The only one I really trust is you. So, I shall follow you this time. So, I can count on you for the conference vote then, right? You can. I shall support Mortimer's project. Perfect. Anyway. I won't keep you any longer. See you later for the vote. Yes. See you later. Das läuft ja wie geschmiert, Leute. Ich muss ja gar nix machen. Ach, Emily. Kann ich hier noch ein Buch kapschen? Nee. Da werden wir nämlich schon fast alle Bücher. Ja, unser kleines Schwesterlein, ne? Ich mein... Sobald er in der Kiste gelandet ist miteinander... Etwas seltsam. Aber es ist passiert. Gut. Leute, ich mach mal Schluss hier. Ich wollte die Parts ja nicht so lange machen. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wäre super cool, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt. Und vielleicht eure Gedanken niederschreibt in Form eines Kommentars. Und wir sehen uns bald schon wieder zu The Council. Ich freu mich drauf. Bis dann. Macht's gut.